Liebe Geschwister, wie geht es euch? Seid ihr gesund? Jesus Christus liebt euch sehr. Er zeigt euch die Wege, in denen ihr gesegnet werden könnt. Ihr habt doch heute einen bestimmten Bedarf. Erwartet ihr vielleicht einen Wunder oder möchtet eine Befreiung in einer bestimmten Sache? Jesus gibt uns eine Lösung für diese Sache. In Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 14 lesen wir, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jesus Christus sagt zu euch, mein Sohn, meine Tochter, was möchtest du? Brauchst du eine Befreiung, eine Heilung oder Vergebung der Sünden? Er sagt, wenn du in meinem Namen, im Namen Jesus bittest, das will ich tun. Dies verspricht der Herr. In Apostelgeschichte Kapitel 3 lesen wir über einen Gelehmten. Wenn der Jünger Petrus sagte, im Namen Jesu Christi stehe auf und gehe umher, sprach er auf und könnte wieder laufen. In Apostelgeschichte Kapitel 16 lesen wir, dass Apostel Paulus, eine Frau, die mit einem bösen Geist besessen war, befiel er den Geist, aus sie rauszufahren. Dann wurde die Tochter in der Stunde befreit. Petrus sagt, nur im Namen Jesu Christi bekommen wir Vergebung der Sünden. Wir bräuchten Freiheit von Sünden und Freude der Vergebung von Sünden. Heilung von Krankheiten, Befreiung von den Fesseln des Teufels. Eine Antwort auf unseren Gebet für die bestimmte Sache. Sei es bezüglich der Arbeit, Schuldenproblem oder Erfüllung der verschiedenen Bedürfnisse. Jesus sagt dazu, wenn ihr in meinem Namen bittet, im Namen Jesus Christus dafür bittet. In dem Namen Herren bitten, wird Jesus diese Fürbitten hören und all deine Wünsche im Namen Jesus erfüllen und Wunder wirken. Warum ist denn dieser Name so mächtig? Weil der Herr Jesus Christus für unsere Sünden, Flüche, Krankheiten, Schmerzen, hat er das Kreuz getragen, vergoss sein Blut und ist für uns verstorben und am dritten Tag auferstanden. Darum kann man nur durch diesen Jesus Christus die Erlösung, Befreiung und Trost erlangen. Versucht dies bitte heute. Lass diese Wunder im Namen Jesus in mir geschehen. Sag nur, lieber Jesus, erfülle meine Wünsche. Ihr werdet ein Wunder erleben. Wollen wir in Glauben beten? Vater, ich bete gemeinsam mit diesem Sohn und dieser Tochter im Namen Jesus Christus. In Jesu Namen möchte ich von meinen Sünden befreit werden. Ich brauche Heilung von den Krankheiten. Ich möchte von den Fesseln des Teufels befreit werden. Alle Hindernisse sollen beseitigt werden. Ich brauche deinen Segen. Möge diejenigen, die im Namen Jesu Christi beten, Wunder widerfahren. Lass die Wunder heute geschehen, sodass wir eine Änderung erkennen. Im Namen Jesus Christus beten wir Vater. Amen. Amen.